Im Kundencenter in der Ladestraße stellten die Stadtwerke Wismar, wie jedes Jahr, die Preise für das kommende Jahr vor. Im Gegensatz zum letzten Jahr und zu 2016 ist diesmal mit einer leichten Preissteigerung zu rechnen, denn die Beschaffungskosten für die Stadtwerke steigen weiterhin. In den letzten Jahren konnten wir die Preise senken, jetzt mussten wir aufgrund der Entwicklung an der Börse die Preise geringfügig erhöhen und wir gehören aber trotzdem noch in dieser Stadt zu den Anbietern mit den günstigsten Preisen. Konkret wird der Gaspreis um 0,31 Cent pro Kilowattstunde steigen, der Grundpreis bleibt aber konstant. Für Kunden bedeutet das knapp über 60 Euro Mehrbelastung im Jahr. Mit einem Umstieg auf den 12-Monats-Vertrag Wismar Gas zu Hause lassen sich aber auch knapp 150 Euro im Jahr einsparen, für alle, die noch im Basistarif sind und es gibt auch einen nur unwesentlich teureren Öko-Tarif, Wismar Gas Natur. Im Vergleich mit anderen Stadtwerken gehört das in Wismar damit noch zu den günstigeren Gaslieferanten. Beim Strom ein ähnliches Bild. 36 Cent mehr Grundpreis im Jahr, geschenkt. Pro Kilowattstunde fallen 1,21 Cent mehr an. Grund sind entstehende Kosten für den Einbau von Digitalzählern, der über die nächsten Jahre in Wismar erfolgen soll. Eine Preissteigerung von etwas über 4 Prozent. Auch hier spart man ein paar Euro, wenn man sich langfristig bindet. Über einen von drei Tarifen mit einem Jahr Mindestlaufzeit. Auch hier kann man Ökostrom buchen. Über zwei Jahre gemessen, die Laufzeit von vielen Billigkonkurrenten, die mit Prämien und Nachlässen im ersten Jahr locken, sind die Stadtwerke immer noch verlässlich günstig. Weil es Anbieter gibt, die im ersten Jahr einen großen Nachlass geben, was wir nicht tun. Wir geben einen fairen Preis ab, der genau nachgeprüft werden kann. Und diese Anbieter holen sich das Geld im zweiten Jahr wieder. Zufrieden zeigten sich die Stadtwerke Wismar auch mit dem Betrieb der mittlerweile vier Ladesäulen für Elektroautos in Wismar. Dort ist das Laden noch bis zum 30. Juni 2019 kostenlos. Neu sind die Angebote der Stadtwerke für Ladestationen zu Hause mit eigenem Tarif, Installations- und Beratungsservice. Ein großer Erfolg war 2018 das Social Sponsoring über die sogenannten Förderherzen. Deshalb soll das Programm, bei dem Kunden im Internet direkt den guten Zweck ihrer Wahl sponsoren können, auch im nächsten Jahr weitergehen. Da sind wir ganz stolz, dass wir auch in 2019 wiederum ganz tolle Projekte gemeinsam mit unseren Kunden zunächst aussuchen dürfen. Es sei es die Schaukel im Kindergarten oder sei es neuen Trikotsatz für die Sportler, für die kleinen Energiebündel. Wir werden weitermachen, fragen erstmal die Projekte ab und dann können wir wieder auf der Plattform, können unsere Kunden dann abstimmen, für welches Projekt sie dann ihre 5 Euro Förderherzen geben, die sie mit der Jahresrechnung erhalten werden. Wann können sich Projekte OM für die Förderherzen bewerben? Ab Dezember geht's los, ab 1.12. ist die Plattform freigeschaltet und dann geht daran um die Projekte los. Und noch eine wichtige Mitteilung. Vom 1. bis zum 15. Dezember finden Zählerablesungen statt. Um keinen Betrügern aufzusitzen, Mitarbeiter der MSG GmbH, die von den Stadtwerken beauftragt wurde, führen zwei entsprechende Dokumente mit und bar vor Ort kassiert ein Ableser niemals. Wer nicht zu Hause ist, erhält nach zwei gescheiterten Ableseversuchen eine Ablesekarte und kann, auch neu, über einen QR-Code direkt per WhatsApp oder auch, wie früher, per Telefon oder Post, seinen Zählerstand selbst mitteilen. Buchstern 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 Buchstern